Hasta Prasarana Swastikasana ist die glücksverheißende Stellung mit Armen zur Seite. Sitze in Swastikasana an der glücksverheißenden Stellung, das ist eine bestimmte Weise, die Füße zwischen Waden und Oberschenkel zu geben. Gib dann die Arme zur Seite, Handflächen nach oben und schaue dabei mit den Handflächen nach oben. Manchmal ist es auch schön, hier den Brustkorb leicht zu wölben, den Kopf leicht nach hinten zu geben. Das ist auch eine schöne Haltung, wenn du zum Beispiel vor einem heiligen Altar bist oder irgendwo, wo du eine gute Schwingung spürst, um so dich vom Herzen her richtig berühren zu lassen und Wonne aufzunehmen.